Du schallt wegen dem Dunkel, ne? Ja. Der hat aber so böse Druck. Untertitelung des ZDF, 2020 Der hat das Lix drauf, dann macht er extra langsam. Der hat das Lix drauf, dann macht er das Lix drauf, dann macht er das Lix drauf. Der hat das Lix drauf, dann macht er das Lix drauf. Die Lix drauf, dann macht er das Lix drauf. Der hat das Lix drauf. Der hat das Lix drauf. Da hinten ist ein Kraneslicks, ne? Ne, der hat keineslicks drauf. Ich dachte, ich hätte vorhin das links gesehen. Das ist eine Freude anzuschauen. Irgendwie die Schwiegel gearbeitet sind. Das ist ja fast so gut wie bei Hohenester. Wenn das Auto keine Leistung hätte, geht der ab. Ja, und wenn man ihm das mit dem Motor glaubt, dann ist es wirklich nur das Gewicht. Aber das passt zum Gewicht, was ich hier sehe. Okay. Okay. Ja, das kennen der nicht, ne? Mit dem Motorrad fahre. Also der ist eigentlich, jetzt habe ich vorhin die Leute so gelobt, der Motorradfahrer ist das Negativbeispiel. Wer von hinten kommt, ist schneller. Ja. 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 Oh, ist das richtig. Jetzt ist er auch ganz erschöpft. Oh, ist das richtig. Oh, ist das richtig. Oh, ist das richtig. Hört sich auch schön an. Hört sich richtig schön an. Oh, ist das richtig. Oh, ist das richtig. Oh, ist das richtig. Oh, ist das richtig. Oh, ist das richtig.